So, haben wir die Druckwälder noch drinnen oder ist die schon wieder raus? Ne, haben wir wieder raus, siehst du? Pam. Oh, jetzt haben wir noch mehr solche Freunde hier, Leute. Ja, kommt mal daher bitte. Oder was machen wir? Oder gehen wir weiter? Oder wie? 1, 2, 3, da sind wir dabei. Kommen die denn mal jetzt hier? Nee, komm nicht. Aber dafür habe ich das Ding angezündet. Das ist doch immerhin, ne? Komm, bin näher hier mal. Ich muss ja denn immer so weit weg sein, Mensch. Oh, Leute. Oh, Mann. Könntest du mal hier dich bewegen? Oh, Alter. Und tschüss. Was macht der denn, der Gerald? Oder man rennt gleich durch. Das sind ja doch ein wenig viele Kuhle hier, wa? Glück. Oh, Mann. Oh, so. 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 Soll ich es jetzt hier. Was sind wir denn hier? Ein Tier ist immer okay. Er hängt hin. Er hängt hin. Warte mal, was hatte ich vorhin eigentlich gekriegt? Wie krieg ich denn hier? Ähm, Minima. Die waren es. Mundstaub. Ach, auch Nekrophagenöl und Gewinnzeichen. Okay. Gewinn. Na, probieren wir das nochmal aus. So, aber jetzt muss ich erstmal hier das andere Zeichen wählen. Ach nee, nicht das. Das hier hätte ich gerne mal gewählt. Ne, aber sind ja coole eigentlich, ne? Na, komm, wir rennen mal erst durch hier. Jetzt können wir weitergehen. Keiner da auch hier, hm? Moment mal. Jetzt kommen sie alle mit. Aha! Kommen sie alle mit oder was? Kommen sie mit? Mh, ne, sie kommen nicht mit. Sie wollen nicht mitgehen. Doch, da sind sie alle beisammen. Sie mit zu einzeln kommen, würden die Fräger, ne? Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, noch besser, noch besser. Also, wenn sie alle einzeln kommen, ist das ganz gut. Ein Monsterohr. Haha, ein Monsterohr. Na gut, okay, gehen wir weiter. Wir haben hier einen Borg gekillt von dieser Sorte, von der Sorte. Warte, wir können das mal schnell speichern hier. Hm. Lilas, geh auf! Lilas! Gerelt! Wo ist er denn wieder? Gerelt! Du doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Gerelt! Mach sie weg! Raden! Hat sie ja ne Problem. Pff, herrlich, oder? Vernichte sie! Ich bitte dich! Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Widerlich! Na, wir sind jetzt hier mit der alten Ratte. Hallo, Ratte! Moment, aber irgendwie musst du doch die Sedester zerstören hier, oder nicht? Widerlich! Widerlich! Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Ne. Ah, jetzt, genau, jetzt hab es. Widerlich! Wborne, Wborne! Okay, gut. Hm, stimmt. Hm, geh zurück, ich mach weiter, ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Außerdem, sprich doch weiter. Moment, du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Villa Clan, jawohl. Villa Clan, was ist denn hier überhaupt, Leute? Na, gehst du her? Hm, naja, das läuft ja wahrscheinlich immer. Kann man hier irgendwie nix weiter machen, hier. Villa Clan, kannst du mir irgendeine Zauber geben? Kannst du mir vielleicht irgendeine Zauber geben? Nee, ne? Kannste ja doch nicht machen, die Lady. Uh, was haben wir denn da vorne, was hübsches? Oh. Nun? Das ist der, das ist der Elf. Ah, recht, wa, Glediv. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Hm. Was für eine Projektion? Was für eine Projektion? So, was wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Das war eine Botschaft um Ciri. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erwin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwachen. Den Schwalben. Folge den Schwalben. Also eigentlich hat er eben gespeichert. Okay. 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 Hmm. Na, geh halt hier. Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt weiter. Hm. Hallo, wo ist denn dein Schwert, Geralt? Hast du's jetzt noch rausgezogen? Ja. Haben wir's ja? Ach ja, haben sie ja schon längst. Ich käme immer noch hier rum. Das ist ja längst, da wisch die Lady. Was zieht denn? Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Ich hoffe ja auch nicht, ne? Dass wir uns hier verirrt haben. Wir hoffen es nicht, ne? So, komm, jetzt müssen wir hier weitergehen. Warte mal, was erkundet ihr Uinen? Ähm. Äh, hinten ist ein Schwalbensymbol, glaube ich, an der Wand, oder? Oh, feil, das ist hier gar mein Leben sehr halb im Eimer. Ich muss da mal ein bisschen was machen hier. Hier ist so ein Symbol. Ach, nee, sogar kein Schwalbensymbol, oder? Was ist denn das für ein Symbol hier? Keine Ahnung. So, warte mal, ich muss mich mal hier üben ein bisschen. Ein bisschen meditieren geht denn das? Geht. Kannst du das jetzt nicht tun? Oh nein, wieso denn ich? Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Kann es mal einer erzählen? Wieso geht denn das jetzt nicht? Hallo? Oh, Hilfe! Ich dachte, du hättest es eilig. Ja, hab ich. Ach, Gott sei Dank. Jetzt geht's doch noch irgendwie. Ich weiß, keine Ahnung, wieso das jetzt nicht klingt. Gut, okay. Uh, weiter geht's. Äh, was wollen wir machen? Erkunde die UIN und folge den Schwalbensymbolen. Okay. Ach, hier oben ist ein Symbol. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Hm. Hm. Ah, hier vorne ist wieder so ein Schwalbe, glaube ich, ne? Hm. Ja, schau mal. Ja, schau mal. Ja, wenn ich mal sie sammeln würde, komme ich schon noch. Hm. Hm. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Hm. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Hm. Hm, hm. Bella Clan. Bella Clan. Ähm. Naja, hier unten ist ein geile Holt. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie fast... Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Oh, jetzt ist es weg. Okay. Okay. Oh, das habe ich jetzt gefunden, Leute. Müll. Müll. Eigentlich noch Müll. So, wir müssen ja wieder rausschwimmen irgendwie. Weil hochkommen war so nett. Ähm. Ach, hier geht's raus. Okay. Äh. Da, 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 da. Komm, komm, komm. Schu. Okay. Was hab ich denn gemacht, oder? Was hab ich denn jetzt gemacht hier, Leute? Schau, sie gehen auf! Was denn? Was gehen auf? Okay. Oh, da kann man ja weitergehen, ne? Gehen wir. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen... Speichern, oder? Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporter hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Ne, hier? Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Natürlich, ach. Na, komm. Na, dann los. Gehen wir halt auch mit uns, ne? Ist das schlimm? Ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt geht's nämlich hier vorne weiter. Ach, aha! Das hab ich nie geschafft, genau. Das ist jetzt dieser Kunde hier vorne. Oder hatte ich den geschafft? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ne, ich glaube, das nächste nicht. Huh. Moment, mal, ist ja gar nichts hier, oder? Warte mal, in, wenn da... Gölner machen wir jetzt anzubieten, ne? Oder was stand da dort? Gölner... Mh, 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 mh... Haben wir ja eigentlich schon mal gemacht hier, ne? Die ganze G'shose. Ging leider in die G'shose. In die Hose. Hm, mh, mh... Geh. Wie soll denn die kolem... Mh, man rein dabei? Also, dass das wieder was. Ach, keine Ahnung. inserted noch... von einem jahren wenn wir können wir vielleicht irgendwie um in den Bühel oder irgendwas auf die Waffe wasche 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 Waffe Ratsche hmm ich lach sie ja wohl ich glaube die er macht mir keinen schaden er macht bloß ihr schaden druckwelle habe ich hier war macht sie das nette ok ok eigentlich muss ich bloß noch was draufhauen bis jetzt sieht es gut aus weg 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 ich mache jetzt keinen schaden mehr und wenn wir den proggen hätten war werde heute letztes als er geschafft dann sagt es mir nächstes mal doch bitte auch ist gut sagt mir bitte vorher auch wenn es schafft jawohl ja in vielerlei hinsicht so was haben wir hier jetzt kommt die mit oder was heute haben wir das schon ausgeleert hier da muss ich leider noch mal speichern wenn du sie endlich gefunden hast was machst du dann meditieren will ich mal schnell meditieren ich bin einfach zu schnell manchmal vergesse ich dass wir uns kaum kennen jedenfalls nicht genug um über persönliches zu reden keine sorge das wird um es fährt oder irgendwas ne oder was weiß ich was das war na gut wir gehen weiter her doch ist ein portal wir müssen es schnell aktivieren ich habe das gefühl dass uns gleich noch ein golem überrascht ich habe das gefühl so noch eine schwalbe schau es hat knapp na geh du durch ich komme hinterher so jetzt haben wir das schwierige hier schau wir haben es über die brücke geschafft hier haben wir die wilde jagd gesehen toll das heißt sie haben mächtig vorsprung komm mhm mhm dann wäre es hier schon zu planen da ohne dann wäre es hier schon zu planen da ohne haben sie eingefroren ehe sie anreifen konnten ok 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 Rhein! Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Kess Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Jawoll, mit Demetia Kess Zwoge oder sowas. Ja, Rihanna neu. Fertig. Bleib bei mir. 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 Scheiße, ich darf nicht raus hier. Ich darf nicht raus. Verlies Schaden hier. Bleib bei mir. Äh, blieben meine ich. Jetzt bin ich aber raus. Geh rein, Mann. Warum geht doch nicht rein da, das Sack? Scheiße. Kann man meditieren? Ne, ne? Kann man nicht, oder? Ich glaub's bald nicht, dass man das kann jetzt hier. Ich glaub's bald nicht, dass das jetzt geht, oder? Was ist denn? Scheiße. Ah, jetzt vielleicht. Oder? Uh. Ah, fuck. Geht nicht schon, oder? Geht nicht schon, oder? Geht nicht schon, oder? Geht nicht schon, oder? Okay, haben wir. Scheiße, ich war das auch schon bei einem Moment. Herrgott, nein, mein. Das ist ja ätzend hier. Warte, speichern mal, weil ich will das nicht nochmal machen. Oh, wieso denn nicht? Ach. Ja, gut, das schaffen wir jetzt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, ein, 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 ein. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, Mistisch. Oh, na, Gott sei Dank, hey. Oh, hey, Peter. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Okay. Wann hatte ich das nicht schon geschafft? Oh, ich war so, oh, werd mir nicht unmächtig. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt, in deiner festen Umarmung, ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausholen können. Oh, ich weiß, ich weiß, wir müssen weiter. Oh, oh. Okay. Können wir jetzt speichern mal hier? Das war ja so geil, hey. Kann ich nicht speichern oder was? Das kann ich nicht speichern. Warum denn nicht? Das wäre ein Geschmarr. Nee, geht denn das nicht? Na gut, habe ich best. So. Ich komme. Bin schon da. Gibt es da noch irgendwas Berauschendes? Mitten im Wurzeln lassen Kisten hin, Mensch. Hier, Zwergen-Schnaps. Das Feuer, okay. Hier ist auch noch eine Kiste. Endlich mal. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, ne, vielleicht habe ich es auch diesmal hier. So. Komm, wir gehen weiter. Hopp. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Die ist auch noch ein Weg. Er erwartet uns. Wer denn? Kann man mal die dir noch einmal? Nee, ne? Das geht ja wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Oh, doch, das geht geil. Gut, okay. Da kann man doch mal direkt speichern. Ich bin nur am speichern hier, aber was soll's, ne? Ich bin nur am speichern. Ja. Ich bin nur am speichern. Vielen Dank.